Yo Leute und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge von Galactic Science. Ich habe natürlich schon inzwischen die Folge mal ausprobiert, ob das geht, wenn ich denke. Nein, das ging nicht. Deswegen baue ich das gerade wieder mit der Schaufel ab und geht das Signal. Wahrscheinlich ist der Fail auch schon in vorherigen Folgen passiert. Ich weiß es nicht, mir egal. Ist ja jetzt passiert, jetzt ist es bewusst. Jetzt haben die unten da was zum Lachen und zum Gackern. Guck mal. Ich bin es ja gewohnt. Konkret war Beton, wa? Jop. Ihr habt gesagt, ich soll den Gravel in die Segment tun. Das hat Razzie gesagt, das war nicht. Waaat. Ja, was ist denn da? Läuft doch oder nicht? Ach, Kobbel muss da rein, Mann. Ich hab Pfff. Ich bin unwissend. Ich weiß das nicht. Ich mach dir da mal was rein. So, jetzt muss ich mal wieder meine Öfen hier befeuern. Jetzt ein Blach. Ich weiß es nicht. Ich mach dir das Ganze auch. Ich mach dir das auch schon zusammen. Und du kannst dir das Ganze auch an. Ich mach dir das auch an. Es, du kannst dir das gehört. Und du kannst dir das Sedan. Da bin에 ich geila. Ich salve vierter. Und du kannst dir dasjunkt. Es geht das da. Jetztisco Orchestra тво shall we sicher. Und du kannst dir das Dun blanka. Und du kannst dir das für das. Das war es so gut. Mann, ey, mein Kater wartet im Bett, ey. Nicht schlecht. Was wollte ich jetzt machen? Ich auch, kannst du mal sehen. Was wollte ich jetzt mit dem Kackglas? Ach ja. Da fiel es ihm wieder ein. Wollen wir denn gleich nochmal eventuell auf dem Mars und uns ein paar Spawner holen? Elby? Ähm, ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt alles mir gerade von dem Razzi geschnappt. Wenn du Lust und Zeit hast, sag Bescheid. Mach, ey. Ah ja, auspürt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Ja, gute Frage. Hatten wir ein bisschen Wood Wood für mich? Wood ist oben in der Kiste, also beim Dings. Ist ja echt ein Enderman, was macht der denn hier? Ja, er ist ja gerade die ganze Zeit um dich drum herum getänzelt. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab ihn mal getötet. Und eine Enderperle. Ich hätte sogar genug davon haben. Hier. Ja, das ist gut. Ich finde das Scheißholz nicht. Was? Ich finde das Holz nicht, habe ich gesagt. Ja, das ist doch bei der Farm. Ach, du hast das in die Barrel geparkt. Ja. Sag das doch. Barrel. Du sagst, es ist oben. Und da habe ich gedacht, es wäre irgendwo in den Kisten. Und dann habe ich alle Kisten nochmal durchgeguckt. Aber. Oh, ruby, ruby, ruby haben wir. Geil. Ja, läuft doch. Läuft, läuft. Müssen wir nur noch gucken, dass wir die Kiste auch noch mit dem oben verbinden, ne? Mhm. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem. Guck mal, das läuft ja hier gleich hin. Das könnte man eigentlich jetzt schon machen. Ja, aber musst du das Venusrock quasi da rausfiltern. Wieso brauchst du doch nicht? Er nimmt doch sowieso nur das, was, 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 äh, oben ankommt. Stimmt. Stimmt. Was machst du? Nichts. Pass auf. Ich denke gerade, hä, was ist denn jetzt los? Läuft. Ich denke mir mal gucken, ob ich was merkt. Ja. So. Das haben wir schon mal. Haben wir nochmal irgendwo, irgendwo. Achso. Hast du gerade rausgenommen hier Enderpad? Ja. Wie viel haben wir gekriegt? Eine. Gut. Besser wie nix. Da wir ja jetzt so viel Strom haben, ne, könnten wir eigentlich ja auch... ...elektrische Öfen nehmen, ne? Ja. Theoretisch. Die Alloys melder, würde ich sagen, oder? Ja. Auf jeden Fall hier für die Ärzte. Das wäre dann ja schon mal ein Teil, wo wir dann Kohle sparen. Da haben wir recht. Das ist ja schon mal ein Teil. Und das ist ja schon mal ein Teil. Danke. Okay. Hallo? Ich glaube da ist mein Minecraft abgeschmiert. Was ist los? Meins? Hast du den Server verlassen, oder? Weiß ich nicht, mein Bild lädt noch, ich hab keine Rückmeldung. Okay, dann ist Minecraft abgestürzt. In the sky, gazing far, enter the night. I'll raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't believe it's all right. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? If you can, we'll be back in the sky, and see if you turn it on. One before. And then the lights and it's nice. I'm going to be able to do it before I first was to go. And then I'm going to be able to clean it up and roll my hand through. Okay. I'm going to do it first and we're going to do the first. Na nun komm, was macht er denn hier jetzt? Gar nichts, sein Ding ist abgestört, fertig. Abgestürzt, fertig, du hast bei uns den Server verlassen, Schatzi. Hä? Also ich bin wieder da. Ja, bei uns aber nicht. Ich merk's grad, ich kann nichts mehr anklicken. Da ist er weg. Jo, ich komm gleich wieder. Jo. So, aber ob das in der nächsten Folge besser wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, das seht ihr dann noch. Ja. Bis zum nächsten Folge. Tschüss dann. Tschüss. 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 Tschüss.